16 Millionen Besucher haben das Erfolgs-Musical schon gesehen und ich habe heute die große Ehre Backstage dabei zu sein, um mir alles mal ganz genau anzuschauen. Ich freue mich natürlich riesig, aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass ich mir auch diese Skates unterschnallen muss, aber dazu dann später mehr. 30 Jahre Starlight H-Purse, richtig? Musik berührt uns im Innersten und Musik macht was mit uns. Sie haben getanzt, sie haben geweint, würden Sie selber sagen, Musik kann sie heilen? Also heilen ganz sicherlich nicht. Bauch rein, gerade Rücken und ein Lächeln aufs Gesicht und fertig ist das Selbstvertrauen. Man sagt ja, es gibt einen Film, so machen wir es. Los geht's! Mein Fazit, Carpool Karaoke funktioniert auch mit ganz normalen Leuten von der Straße. Alle waren extrem unterhaltsam, hatten Spaß, sind aus sich rausgegangen. Also, was zählt ist der Spaßfaktor. Musik 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 Musik